Musik Bundestrainer Joachim Löw hat mit Diego Contento offenbar eine Lösung für das Loch auf der linken Abwehrseite in der Nationalmannschaft gefunden. Im Interview mit der TZ erklärte der 50-Jährige, er hat beim FC Bayern eine gute Entwicklung genommen. Diego Contento ist sicherlich auf Sicht ein Spieler, der für uns interessant werden könnte. Der Bayern-Youngster selbst würde jedoch lieber für Italien spielen, wie er zuletzt bekundete. Markus Babbel hat seinen ehemaligen Spielern vom VfB Stuttgart mangelnde Einstellung vorgeworfen. Angesichts der derzeitigen Talfahrt seines Ex-Klubs sagte der Trainer im Berliner Kurier, Beim VfB muss sich jeder Spieler mal selbst hinterfragen, ob er alles für seinen Job gibt. Es kann doch nicht sein, dass dort jedes Jahr der Trainer ausgewechselt wird. Babbel war im Dezember 2009 entlassen worden, nachdem er mit dem VfB nach 15 Spielen auf Platz 16 lag. Sein Nachfolger Christian Groß steht bei den Stuttgartern nun ebenfalls unter Druck. Los Angeles Galaxy plant im Winter offenbar zwei Riesentransfers. Wie MilanNews.it meldet, wollen die US-Amerikaner Alessandro Nesta und Ronaldinho vom AC Milan loseisen. Die Verträge der beiden Allstars laufen im kommenden Sommer aus. Die Ablösesummen für den 34-jährigen Abwehrspieler und den 30-jährigen Offensivspieler scheinen daher stemmbar. Die Minnesota Vikings um Star-Quarterback Brad Favre haben das Monday-Night-Game der NFL gegen die New York Jets mit 20 zu 29 verloren. Einen Tag nach seinem 41. Geburtstag warf Favre drei Touchdown-Pässe und durchbrach damit als erster Spielmacher in der NFL-Geschichte die 500er-Marke. Platz zwei in dieser Kategorie belegt Football-Legende Dan Marino mit 420 Touchdowns. Die San Francisco Giants haben in den Playoffs der Major League Baseball das Halbfinale erreicht. Die Giants gewannen in der National League mit 3 zu 2 gegen die Atlanta Braves und holten damit in der Best-of-Five-Serie den entscheidenden dritten Sieg. Im Halbfinale trifft San Francisco auf die Philadelphia Phillies. In der American League sind die New York Jankies bereits für das Halbfinale qualifiziert. Der Gegner der New Yorker wird am Mittwochmorgen im Entscheidungsspiel zwischen den Tampa Bay Rays und den Texas Rangers ermittelt.